Hallo an alle und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Türchen vom Ritzel Adventskalender. Mit dabei ist wieder die Ritza. Genau. Und heute ist schon Türchen 20. Warum ist denn dein Ei? Ah ja. Ein Ei, ah ja. Und wer heute die Folge bei Ritza noch nicht gesehen hat, das letzte Advents-Special. Da haben wir das hier gebaut, den Kriba. Und die Bäckerei wurde gebaut von unserem Gast. Ne, aber das Vieh ist weg. Welches Vieh ist weg? Das ist Wabbelvieh. Hä, ist schon wieder abgehauen? Ne, abgehauen ist es nicht. Ich sehe es ja hier nirgends. Es ist in die Stadt gerannt. Komisch. Das ist weg. Dann lassen wir es weg. Gut, dann fangen wir an. Was wollen wir denn heute bauen? Einen Weihnachtsmann. Ah ja. Und wohin soll der... Wir bauen nur so... Hier wäre Platz, da... Wir können ihn aber auch hier, wo wir schon eine Platte gelegt haben, bauen. Ja, das wäre, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung. Gut. Dann... ...werde ich mal den Weihnachtsmann öffnen. Damit ich sehen kann, wie der aussieht. Weil wir haben uns natürlich schon... ...bei... ...eine... ...Eine... ...Inspirationsstütze gemacht. Wir haben uns auch überlegt, dass wir einfach nur... ...so'n Weihnachtsmann-Skin nachbauen. Das passt besser in die Welt. Wird das ein Fuß? Das wären beide Füße. In either? Ja. Okay. Im Bild. Okay, gut, verstehe ich schon. Oh. Ich hab' jetzt schon Out of Memory. Warum? Out of Memory. Die Aufnahme, oder? Ne. OpenGL-Oro, Out of Memory. Mal gucken. Wie das... ...wie das weitergeht. Warum ist der ein Hohn? Warum ist der ein Hohn? Die größere Frage ist, warum soll ich da kein... Jetzt ist gar nichts mehr. Okay. Jetzt kommt ne rote Schicht, ne? Genau, danach hab' ich grad geguckt. Dann wieder schwarz, ne? Oh, und der roten Schicht kommt, glaub' ich, noch goldenschnallen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Aber auch nur. Aber darf ich die nächste Schicht schon mal draufsetzen? Ja. Noch ne schwarze Schicht. Oh, ja. Das ist der Weihnachtsmann persönlich. So, jetzt kommt viel rot, ne? Ja, der hat sich grad verbissen. Sechs oder sieben, glaub' ich, wenn ich das richtig sehe. Mal aufhören, was ist nicht... Sechs und sieben. Ab der Hälfte muss man wechseln. Okay. Alles rot, oder? Genau, alles rot. Oh ja, rot. Oh ja, rot ist so toll. Warum füllen wir den eigentlich aus? Sieht besser aus. Obwohl sieht man ja eigentlich nicht. Egal, wir machen das trotzdem. Frag'n hier auf dem Bild ist das auch so. Es ändert sich ab der Hälfte. Mhm. Und da kommt Weiß, ne? Im Gürtel, ja. Wollen wir dafür... Schnee nehmen? Oder... Ich bin für beides offen. Wolle oder Schnee. Würde beides passen. Ja, die Quarz, oder wie heißt das? Das geht ja auch, ne? Ja. Mir fällt grad auf, dass ich Weiß gar nicht im Inventar hab. Quarz kann man auch nehmen. Nehmen wir Quarz, würde ich beinahe sagen. Ja, nehmen wir Quarz. Okay. Gut. Wohin muss das dann? Zwei, ne? Immer zwei. Und hier aber auch dann. Ja. Ach, stimmt, dass ich jetzt schon die Weihnachtsmusik angemacht hab. Ich schneid die zum Glück mal erst danach hinter. Ja, ich hab die jetzt schon reingemacht. Du bist jetzt schon so in Weihnachtsstimmung. Nein. Überhaupt nicht. Und jetzt wieder hier rot, ne? Ja. Und wenn das dann auf einer Ebene ist, geht's weiter, glaub ich. Moment. Da kommt jetzt aber schon fast der Gürtel. Dann kommt der Gürtel. Muss hier die Schicht auch noch in, ja, ne? Und wir brauchen wieder schwarz. Gürtel zwei hoch, ja. Klar. Und der Gürtel muss zwei hoch. Muss zwei. Und vorne noch ein Gold. Hm, der ist... Eins, zwei, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht. Gut, dann... Ich glaub beinahe, dass wir den in dieser Folge schaffen. So. Der Gürtel steht. Hier wird er dann schon batig. Glaube ich, ja. Als Zweite an einer Ecke arbeiten ist echt immer ziemlich unpraktisch. Ja, das ist ein bisschen... ein bisschen mehr. So. Seine... Sein Bart. So eine Bartbehaarung. Irgendwann noch ein Knopf rein. Du hast ja einen anderen Skin. Ja. Hatt ich's letztes Mal schon. Echt? Gut, dass dir das auffällt. Was, wo muss noch ein Knopf rein? Oh, oh, oh. Was ist denn da rein in der Schnee? Ja. So. Fendo wollte vor allen Dingen nicht. Fällt mir grad auf. Ach ja, ja, stimmt. Da war was. Äh, ich, äh, guck mal schnell. Wo ich die hingepackt habe. Wo ich die hingepackt habe. Ich hab die aber gerade nicht offen. Hast du die offen? Moment, ich kann sie aufmachen. Ich find die grad nicht, deswegen... Äh, wir haben jetzt mal Fragen bekommen vom, äh, guten Tesla-Kern. Moment? Der hat einige Fragen gesendet, die reichen auf jeden Fall für die letzten paar Folgen. Ja. Äh, Moment, äh, könnt ihr Weihnachtslieder auswendig? Äh, ja, das, was gerade läuft, kenn ich zum Beispiel auswendig. In der Weihnachtsbettkalkal. Aber das ist Utannenbaum, das kennt, glaub ich, jeder. Gibt es manche, Utannenbaum, zwischen mir und mich. Okay, das kann ich auswendig. Ja, die Schneeglöckchen. Utannenbaum kann ich auswendig. Das läuft bei mir gerade, aber zum Glück nur als musikalisch, also als instrumental. Okay. Sonst hätte ich schon lange Zustände bekommen. Ich muss irgendwie nochmal weiß rein. Ja, und zwar... Eigentlich nicht. Nee? Aber wir können seine Haare nach hinten runterziehen, so ein bisschen. Seine haarigen Haare. So, sein Arm. Sein Arm ist auch vier. Ja. Ist ein männlicher Skin. Gerade runter oder... So, einen zur Seite versetzt. Und dann da runter. So. oder besser was meinst du zum armen wenn man den da jetzt runter zieht geht das doch ne sieht besser aus als wenn er direkt anliegend ist finde ich ja das stimmt irgendwas nicht die arme ist zu niedrig oder was ja würde ich sagen der arm ist zu niedrig weil ich nicht zu tief gebaut haben oder so läuft der hause so läuft der hase hast du einen fehler gemacht ja der arm ist auch noch zu niedrig ja da muss ein höher und schlechte nachricht der weihnachthasis matsch was sagt statistik jetzt aber der arm ja weiß ich nicht statistik sagt und liegt nichts aber jetzt der arm hier stimmt aber irgendwas nicht oben ist zu kurz oder ja oben ist so verwirrung große probleme wie soll das nur weitergehen vor allem auf die idee hätte ich eher schon kommen können der arm ist falsch der arm ist falsch da muss noch einen höher jetzt aber was sagt uhr eine minute sieben ok so wie weit muss das mit dem arm runter bis zum gürtel ok bis zu dem pelz ding aber ansonsten ein block unter dem gürtel also zur goldschnalle da 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 es ist es da es Ah ah ah, ah ah ah, ah 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 so Äh 16 Minuten so Ups, 1 zu tief Äh, Neo? Rot? Ja Würd ich sagen Rot, rot So, ich hab nichts mehr zu sagen Ich hab noch was zu sagen und zwar rot